Salve Atuti. Wir haben Freitag. Das zweite Mal diese Woche. Ich habe mich am Mittwoch völlig versprochen. Also wir haben heute Freitag und es ist der 13. Oktober. Und wir haben 17.28 Uhr. Ich muss den Film jetzt schon machen, kurz vor dem Schlusskurs, weil ich nachher in die Seminarvorbereitung für morgen gehe. Oder für eine Webinarvorbereitung. Ich habe heute Morgen einen Film eingestellt. Den musste ich rausnehmen, neu aufnehmen und wieder reinstellen, weil da habe ich was falsch erklärt. Da geht es um die Signale mit dem Trader Wingman. Nicht die Erklärung dessen, sondern was ist der Trader Wingman? Ich stelle ein bisschen was zum Trader Fox vor und ich habe für diejenigen, die von euch noch kein Chart-Tool haben, habe ich mit dem Simon Betschinger was gebastelt. Der geht relativ flott. Der steht also auch schon wieder drin und diesmal die korrigierte Version. Sorry, ich bin da schlicht versprochen. Hier ist der DAX. Das Erste ist, damit ich es auch gleich wieder rausnehmen kann, das hier sind die Fibus und zwar von oben angelegt, von dem Hoch bei 16.543 runter bis zu dem Tief, was wir hatten vor ein paar Tagen. Wo ist denn jetzt wieder mein Fahnenkreuz hin? Da. So. Bis zu dem Tief, was wir hatten bei 14.948 im DAX XITRA. Wir sind nur bis zu dem 38er gelaufen. Bis dahin ein kleines bisschen drüber. Ein bisschen Schwund muss immer sein. Nur um das zu zeigen und damit nehme ich das jetzt auch raus, dass wir das hier schöner sehen. Das heißt, dieser graue Kasten oben, bestehend aus verschiedenen Fibo-Marken, aus dem Chart, der wurde gesehen. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Widerstand gewesen. Das alte C, den haben wir gesehen. Den haben wir sogar leicht überboten und saufen seitdem wieder ab. Dadurch, dass dieses Hoch sogar leicht höher lag als das, kann ich jetzt sagen, wir haben dieses Niveau egalisiert und deswegen mache ich aus dem Fragezeichen, was hier unten hatte, ein B. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, nee, das ist doch viel zu wenig und das reicht nicht und das muss im Schlusskurs sein. Ja, lasse ich alles gelten. Ich mache das jetzt so. Ich habe das Ding jetzt hier unten B genannt. Im Moment soll sagen, der Markt wird weiter schwach, wenn er die Kombination aus dem unteren Band und dem Tief hier vom 4.10. mal 14.948 mit Schlusskurs unterbietet. Dann hat er aber auch gleich die untere Leitplanke. Im Moment hier und jetzt, 17.30 Uhr, befinden wir uns so ziemlich in der Mitte. Vom Abstand von hier zum oberen Kästchen zum unteren Kästchen. Ziemlich genau in der Mitte, quasi neutral. Wir haben die 20-Tage-Linie am Mittwoch überboten, am Donnerstag auch noch und heute mal einfach absingen lassen. Das ist erst einmal grundsätzlich negativ. Wir haben diesen Widerstand gesehen, wie eben schon erwähnt. Wir haben ihn nicht geschafft. Jeden Tag wird hier, wie soll ich sagen, eine andere Sau durch den Ort getrieben. Heute war es die Sartorius mit im Moment minus 12%. Wir haben das auch in Frankreich gehabt mit LVMH, wir hatten das mit Fresenius. Jeden Tag wird hier was Neues entdeckt, meistens, weil die Zahlen nicht so gut sind. Nochmal, es kommen in den nächsten Tagen einige Zahlen von großen Firmen. Deutsche Börse, SAP und so weiter. Achtet da auf jeden Fall drauf. Alleine SAP kann den Markt hier ziemlich durcheinander bringen. Das hatten wir schon mal vor, ich glaube, zwei Jahren, als die über Nacht 25% verloren haben. Das ist heftig. Wie dem auch sei. Wir liegen also jetzt hier momentan völlig neutral zwischen diesen beiden Leitplanken. Was mir nicht gefällt ist, wir waren mit dem Oszillator hier im Kauf, also im überkauften Bereich und haben ein Verkaufssignal gegeben. Ein bestätigtes Verkaufssignal. Sowas hier, sowas hier. Nicht sowas, sondern wir haben es bestätigt. Das gefällt mir nicht. Das MACD, was ich hier eigentlich relativ schön aufgebaut hatte, ist sogar schon wieder im kurzen Bereich über das Histogramm. Wenn da am Montag der Kurs sich nicht nennenswert bewegt, kriegen wir hier den zweiten kurzen Histogrammbalken. Wäre auch nicht schön. Das heißt, ich rechne grundsätzlich damit, auch vor dem Hintergrund von den eben angesprochenen Säulen, die durch den Ort getrieben werden, dass wir uns weiterhin immer mit dem unteren Teil hier beschäftigen und das hier maximal ist. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn wir ein drittes Mal hier oben rangehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durchgeht und über die 200-Tage-Linie geht, relativ hoch. Alleine ich wüsste beim besten Willen nicht, was das auslösen soll. Ich wüsste es nicht. Und selbst dann beginnen ja erst die Schwierigkeiten hier oben im Bereich von etwas über 16.000. Also ich bleibe hier vorsichtig negativ. Ich habe auch Verkaufsoptionen. Ich habe heute kleine Positionen angefangen in Lufthansa zu kaufen auf der Long-Seite. Weil ich finde diese Bereiche um die 7, 7,10. Das ist immer ganz interessant. Da gehen die immer relativ schnell auf die 7,50. Aber ich musste auch die Scheine ändern. Wo sind sie denn? Hier. Dieser Schein ist der alte. Hat im Moment einen Hebel von 22. Der könnte jetzt sogar 23 sein. Den habe ich so gelassen. Aber dieser hier, den musste ich tauschen. Das war ein 14.850er. Das war ein 33er Hebel. Der ist mir zu nah dran. Deswegen habe ich den jetzt hier runtergenommen auf 14.253 mit der KH8L6-61. Die Putz habe ich erstmal so gelassen. Wenn wir nächste Woche weiter so tief bleiben, werde ich den hier runternehmen auf eine 15.750. Aber so weit ist es noch nicht. Also das sind die neuen Scheine. Ich, wie gesagt, im Moment neutral, also wirklich fast auf den Punkt genau in der Mitte zwischen den beiden Leitplanken. Die gelten für mich weiter. Ich glaube, dass wir erstmal hier drin bleiben werden. Ich sehe kein Unterbieten. Ich sehe kein Überbieten. Das sollte im Großen und Ganzen Rangetrade bleiben. So, das ist am Morgen Seminar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und happy trading und fette Beute. Bye, bye.